Hallo Leute, ja zwei Aufgaben machen wir diese Folge. Einmal hier den Fahrweg korrigieren, damit der Zug da passend hin und her fahren kann und dann war da irgendwo noch die Transportkette, die nicht funktioniert. Nach dem Logo schauen wir dann da mal rein. So, dann wollen wir mal gucken. Das ist ja hier irgendwie so. Ich glaube wir müssten mal hier rausgehen mit dem Zug mit dem Gleis. Ja. Und dann hier einfach nebenher. Das geht da schon mal wieder nicht ran, das hat ja wieder gut geklappt. Reicht das so? Brauch nicht möglich, das heißt es geht auch noch nicht. Jetzt muss es aber klappen, oder? Was ist das jetzt für eine tolle Sache hier? Das liegt wahrscheinlich daran, dass es hier eine Kurve ist, oder? Brauch nicht möglich, also abbrechen. Krümmung nicht möglich, das ist doch alles schlecht. Kriegen wir das denn wieder hin, ne? Wir sind hoffentlich in der Pause, ne? Jetzt machen wir mal die Pause, weil sonst hat das hier keinen Sinn. Dann fahren die uns nämlich gleich wieder alle durch die Gegend hier. Wir reißen mal ein bisschen mehr dann ab. Ja, weiß ich, bestimmt ist das so, dass es nicht klappt hier. So, und dann nehmen wir mal die Gleise wieder auf. Ah, lass uns noch mehr abreißen, dann sieht die irgendwie immer noch schlecht aus. Obwohl das war schon passend vielleicht. Wir haben ja drei Gleise, die in zwei Gleise müssen, ne? Das ist schon spannend. Ich glaube, wir machen das hier mal anders. Das ist weg. Genau so machen wir das jetzt erstmal. Ich mach den erstmal auch weg. Den machen wir auch weg, obwohl der hätte bleiben können vielleicht. Ziehen den erstmal lang raus. Passt. Ziehen den. Krümmung zu groß. Okay, das geht dann nicht. Dann rastet er da auch nicht ein, ey. Das passt schon mal. So machen wir es. So machen wir es. So machen wir es. Auch nicht möglich. Da wäre möglich, aber das ist mir zu steil. Das heißt, wir machen das jetzt mal hier so. Schließen da an. Schließen da an. So richtig? Ich glaube schon, ne? Wir können das hier wieder wegreißen. Das ist doch falsch. Das brauchen wir nicht. Das ist die Weiche weg. Machen den hier. Den weg. Passt. Und machen das hier. Nochmal richtig mit einer Kreuzweiche. Na. Und kann wir ihn hier. Ja, hier kann ich ihn, na. ich habe es ja so gesehen ja funktioniert nicht so ganz da geht es, das machen wir es oder? und dann brauchen wir noch ein signal welches dann da steht oder? und hier muss ein signal da rechts sein aber hier darf kein sein ich glaube so funktioniert es vielleicht wieder wir werden sehen oder? gut wir stehen dann hier reichlich ok so das heißt wir müssen jetzt nach der Transportkette gucken und die war wo? war das hier? ne da sind sie noch durchgefahren hier war das irgendwo oder? ne da auch nicht das muss ein Güterbahnhof ja sein ist das so weit hier hinten gewesen? hier ist er so Linie 41 wir haben ja Holz und Linie 71 nicht 41 fährt wohin? von da nach da so irgendwie ist dieser Bahnhof wohl da nicht angeschlossen kann das sein äh Konfiguration Verschiedenes diese Treppe mal gucken Plattformen? ne oder? ne die haben wir schon Passagiergebäude ne Gütergebäude Warte mal das reißen wir hier gerade wieder weg ich nehme mal so ein größeres Kollision 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 ist doof das auch nicht es gibt da kein B oder wie sehe ich das? warte mal das Endgebäude kann doch hier auch nochmal weg das ist doch auch nicht richtig Irgendwie will der da nicht dran packen das ist das Problem glaube oder? hm 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 und mach die Treppe die geht gar nicht vielleicht müssen wir mal hier ein Gleis noch weiter dran bauen ne 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 noch mal zu Ende ne doch das war Konfiguration war schon richtig ne ne so dann Plattformen Güterplattform geht da schon mal nicht mehr hin das ist schon mal sehr schade verschiedenes verschiedenes die Marker schon nicht mehr dahin setzen das ist doof ich glaube wir können den Bahnhof abreißen weil das nicht so funktioniert ne muss man mal abbreißen und neun setzen Kopfpano von dem hier, ne muss man drehen, M&M, ne ja, so passt's. Und jetzt müssen wir noch das Gleis da dran erkriegen, dann ist alles gut. Trümmung zu stark, das heißt wir bauen da noch was ab. Passt. Ne, der 71 ist noch hier, das ist auch gut so. So, jetzt müssen wir gucken, was hier passiert. Ah, der Zug ist weg. Fährt schon? Ja, fährt schon. Und wie wir sehen, ist hier so ein Symbol schon drauf. Das heißt, da ist die erste Kiste und ich gehe jetzt davon aus, dass der Zug dann fährt. So, das. Ja, das ist er. So, dann lass mal schneller laufen. Und dann werden wir die 6 Millionen jetzt mal dann nicht mehr haben, oder? Das ist dann nur die Frage, wie lange steht der da, dass das klappt, ne? Hier müsste vielleicht ein Signal hin. Okay, der fährt jetzt weiter. War jetzt nicht so optimal, aber läuft noch. Das war noch nicht der richtige Bahnhof, okay. Schauen wir mal, oder? Das ist der richtige Bahnhof und wie viel Holz? Ja, ist jetzt ein bisschen Holz mehr da, ne? Ja. Und der müsste ja noch Wartezeit haben, denke ich. Mal schauen, wie es wird. Ja, voll wird der gerade nicht, ne? Ein bisschen Holz haben die da. Im Lager geht es jetzt runter. Der verbraucht das. Da ist gerade was angekommen wohl. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt hier, ne? Da müsste jetzt die Anlieferung besser werden. Kann sein. Muss man mal schauen. Jetzt fährt der Zug. Jetzt steht hier schon, ja, 6 Millionen. Der Zug kommt der Zug. So. So. Jetzt ist das alles hier. Noch ein bisschen steckt. So, nur noch 4 Millionen, da sieht das schon mal gut aus, oder? Und hier sollten wir vielleicht aussteigen. Obwohl, hier sind die Signale. Hier ist noch ein altes Gleis, das müssen wir mal gerade aufhübschen. Dann fahren die da auch schneller durch. Das sieht erstmal alles schnell aus. Okay, er konnte hier wieder laden. Jetzt ist das Lager natürlich hier leer, jetzt müssen wir gucken, was das hier im Lager ergibt. Sieht aber erstmal gut aus. Jetzt ist noch die Frage, wie das hier hin sich mit den Zügen ergibt. Hier stehen ganz viele Passagiere, da kommt auch gerade ein Zug. Das Bahngleis ist nicht lang genug. Konfigurieren wir den mal und gucken, ob wir noch eine Plattform da hinkriegen. Passagiere, ah, geht sogar noch. Und hier kann man auch noch eins hin machen. Vielleicht kann der dann besser beladen und das funktioniert dann. Schauen wir mal, ne? Oh, guck mal, hier würde noch einer gehen. Ja, sehen wir dann, ne? Ich würde erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentar, schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Ciao.